Die Event-Woche bei Alles, was zählt. Ihre Drohungen werden langsam langweilig. Giese hat irgendwo eine Bombe platziert. Ich muss irgendwas tun. Ich bin dagegen. Die Bombe ist in Köln, in der Eishalle. Er kann die Bombe nicht zünden, wenn ich das Kleid trage. Chiara, vertraut mir. Zünden Sie die Bombe. Ich liebe dich, Jenny. Ich hatte mal beides. Egal, Frau. Sagen Sie adios, Herr von Altenburg. Alles, was zählt. Montag bis Freitag, 19.05 Uhr. Montag bis Freitag, 19.05 Uhr.